Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik. Heute mal mit einer Sonderverlosung außerhalb der Reihe, weil der Preis einfach zu geil ist. Wir hatten das ja schon mal zu Star Trek Into Darkness und dieses Mal zu Feuchtgebiete. Geh mit mir zur Deutschland-Premiere von Feuchtgebiete am 13. August in Berlin im Sony Center inklusive Aftershow, also Stars, roter Teppich. Ich bin auch mit dabei, eine Menge Fans und eben ein Film, der irgendwie ein klein wenig skandalös daherkommt, weil das Buch sich zweieinhalb Millionen mal in Deutschland verkauft hat. Charlotte Roach wird natürlich auch da sein und die Frage, wie setzt man die eine oder andere Geschichte dort filmisch um? Und deswegen gibt es hier heute bis zum 6. August, habt ihr Zeit mitzumachen, einmal zwei Premieren-Tickets zu verlosen. Das heißt, es wird einen Gewinner oder eine Gewinnerin geben, die dann hier in Berlin am 13.7. voll mit dabei ist und kann noch einen Freund, eine Freundin, Familienmitglied mitnehmen. Das ist doch noch viel lustiger, wenn man da nicht ganz alleine über den roten Teppich laufen muss und ist deswegen hoffentlich ein spannender Preis für den einen oder den anderen. Und die große Frage, wie kann man mitmachen, wie kann man dort gewinnen bei den Tickets und mit der Aftershow? Anreise ist allerdings nicht inkludiert, das heißt, wäre schon toll, wenn ihr am 13. tatsächlich in Berlin seid. Mitmachen könnt ihr, indem ihr an die E-Mail-Adresse, die ich euch jetzt hier auch reinschreibe, feuchtgebiete.atpureonline.de, eine Mail schreibt, mit dem betrefft Robert. Robert, ich will mit. Oder ich will mitkommen. Mit dem betrefft, schreibt ihr einfach eine Mail. Und warum ihr mitkommen wollt, was wollt ihr auf dieser Premiere, was interessiert euch, oder habt ihr einfach nur Bock auf den Film, schreibt eine Mail in diese Richtung einfach an diese E-Mail-Adresse innerhalb der nächsten Tage bis zum 6. August um 15 Uhr. Und schon seid ihr im Verlosungstopf. Und dann wird natürlich ein glücklicher Gewinnerin oder Gewinner oder Gewinnerin ausgelost. Und dann sehen wir uns am 13. auf der Hörtschelern-Premiere von Feuchtgebiete. Ist doch was! Wenn ihr diesen Preis mochtet, und ich werde davon noch mehrere in Zukunft haben zu anderen großen Premieren, dann lasst doch gerne einen Daumen, da lasst es. Bleiben wir nicht. Aber ich bemühe mich immer, etwas in dieser Richtung für euch rauszuhauen. Das ist doch mal ein klein wenig mehr als nur in Anführungszeichen 1 oder 2 oder 30 Blu-Rays. Das ist ein Erlebnis und eine Erfahrung. Finde ich große Klasse, dass das auch die Falle ja mitmachen. Besten Dank an dieser Stelle dafür. Okay Freunde, das war's ansonsten jetzt mit dieser kleinen Sonderverlosung. Fleißig schnell Mail schreiben, bevor ihr weiter DVD-Kritik oder andere Kanäle guckt. Oder ansonsten schaut einfach bei meinen letzten beiden Kinoreviews vorbei oder bei Twitter und Facebook, wenn wir sonst noch über Filme schreiben wollen. Abonniert diesen oder meinen Zweitkanal, wenn ihr keine Videos von mir verpassen wollt. Lasst es bleiben, wenn doch. Das entscheidet nur ihr, aber morgen um 15 Uhr gibt es hier spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um drei.